ja kann es natürlich ja ja es ist nicht alles nur so wie im nachbarland bundesland ja ich finde das gut mama ich finde das nicht witzig ich finde das gut ach hör doch auf weil ich das albern finde ich bin froh dass hier was auf hat dass es nicht so ist wie in niedersachsen sage ich dir ganz ehrlich also ich immer sehr wie spät haben wir ist das ist das dutzwurst können ja auch die pinkel sein ja die gibt tote oma ja vielleicht holen wir die uns nachher zum mitnehmen können wir ja für zu hause tote oma aber jetzt müssen wir nachher da hat er durchgängig geöffnet das hat er vergessen hat er ja pottsuße kesselbulasch ne ja also hier ist das becker so also das die haben die die machen ja hier ganz ganz andere andere sachen denn natürlich als als ich als wobei so janka weiß ich gar nicht ob das hier so bekannt ist ja 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 aus dem fall krägt das natürlich weißt du was was mich jetzt mal interessieren würde nur mal aus neugierig wenn wir jetzt in schwerin wären ob das schlossparkcenter auch würde ja ja aber da ist die da ist die die schlachterei drin also in mv haben alle buchlehnen zu ja 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 da hat nämlich neulich ein buchladen in wismar sich nochmal drüber ne drüber geklagt ja in meckpom ist das dicht aber wahrscheinlich ist das ja haben die hier ne andere regel in sachsen-anhalt das kann natürlich sein das ist ja unterschiedlich keine ahnung und hier sind wir damals damals mit dem bus gefahren nach schierke denn wir gehen einmal rüber und dann wieder zurück ja ja das finde ich ja finde ich ja finde ich ja gut dass das zusammen auch mal auch mal in 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 den osten fährt also sprich nach mv das finde ich gut als 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 naja für dich ist das ja nah bei ja aber vor allem denn denn lernen sie mal lernen sie mal ne denn lernen sie mal ostdeutsche spezialitäten kennen das ist nicht osten gs gs ist dein geliebtes nieder ja genau und 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 die mecklenburger werden weiter gefangen die sind doch nicht in mecklenburg wir sind hier in sachsen-anhalt ich weiß aber aber die mecklenburger werden auch nicht weiter gefahren das ist ein bisschen leiser jetzt und ein bisschen leiser nicht so dass wir hoch waren so sollen wir mal gucken ob sie sich gemeldet hat so mal eben sehen was ist das hier ja habe sie jetzt geraten glaube ich nicht warte mal ich will mal eben wissen was das ist da ist ein gemeldet okay ja alles klar ach ja stand vor der haustür weiß nicht von wem na dann hat sie es da hingestellt wahrscheinlich hat sie das irgendwann heute hingestellt oder ja eben als wir telefoniert haben Sven Uwe ja was weiß ich was deine Schwester heute vormittag macht sie sagte doch dass sie da jetzt gerade sind ja das ist einfach wieder dämlich von ihr ne dann kann sie doch mal vorher bescheid sagen ja dann kann man das natürlich auch anders organisieren ne aber Shani hat sie Schiss dass sie infiziert ist weil sie ja im Krankenhaus ganz immer arbeitet wir sehen sie ja nächste Woche ja dann kann man dir der auch nicht helfen naja naja das hat mich mit infizierten da zu tun ja schade da hätten wir jetzt lecker essen können ja ja überall so schöne Sachen das ist wirklich nicht schön und ich hoffe ich wünsche mir auch dass sie das bald beenden mit dieser Gastronomie Schließerei die Häuser sind weißt du woran mich diese Häuser hier so erinnern das ist überall hier fachwerk bei uns nein nicht bei uns sondern in ich werde jetzt von Nordosten ich war ja mal in in Ludwig in Ludwig ja da haben sie auch da haben sie auch ja Göttingen Duderstadt überall guck mal das ist das ist der Radiosender hier MDR ist glaube ich Mitteldeutscher Rundfunk ja Ist, ne? Ja. Aber viele waren drin. Einige. Da frierst du mit? Das wundert mich jetzt, aber wirklich, Mama. Wir haben nicht russische Temperaturen. Ja, das hat doch was verkauft als Brotgerater. Jetzt online bewerben, Sveni. Steinecke ist hier oben. Also nicht in unserer Heimatstadt. Ja. Ja, ja, ja. Ja, 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 gut. Hausgemacht reinköpft. Na, Zoyanka, was sag ich? Natürlich. Na, denn ist ja gut. Na, denn ist ja gut. Den ist ja gut. Das gibt's doch nicht. Ah, Zoyanka. Ja, das habe ich in Schwierin laufend gegessen, Mama. Da erzählst du mir ja nichts Neues. Das ist doch sauerlich. Los, ich will da hin und her überlegen. Weil mich interessiert hier zum Beispiel das hier. Schwertchen oder kurz was? Ich weiß gar nicht, ob das jetzt hier alles... Soll man das draußen essen oder so mitnehmen? Man muss doch mal gucken, ne? Wir laufen jetzt erst mal nach den Schlag. Prost. Wohin denn? Ja, hier in die andere. Ja. Ja. Guck mal, die haben auch geöffnet. Ja, Bücherläden haben die geöffnet. Ich bin echt klar. Es ist halt ein anderes Gesetz als in Westdeutschland. Ich finde das, wie gesagt, ich finde das gut so und hätte mir das auch für MV gewünscht, dass die Buchläden aufmachen. Aber in MV stößt man da auf taube Ohren, weil Frau Schwesig ja damit argumentiert, es sei Corona gefährdet. dabei macht Sachsen-Anhalt macht es. MV nicht. Finde ich nicht gut, dass MV das nicht macht. Nee. Aber ich weiß, wie es ist. Aber dass die, dass sie dafür denn 100 Kilometer fahren, das finde ich ja schon sportlich, ne? Und heute Abend dann wieder ganz so... Ja. Susanne, die muss doch mal irgendwas unternehmen. Ach, sie ist denn die treibende Kraft. Na klar. Sicherheit. Ja, nicht so, ne? Oder vielleicht wäre auch Leon, ne? Vielleicht wäre er ja auch dabei. Das glaube ich auch nicht. Das glaube ich nicht. Der fährt doch keine 100 Kilometer am Samstagmorgen. Ein bisschen weiter da zum Schneehaufen. Nein, nein. Das wird er nicht. Das wird Leon nicht sein. Ja, die, die Bekannten unterhalten sich denn, ne? Schönes Hotel.